Sonja will sich eine neue Kamera kaufen. Nur welche? Bei Konrad Electronics wird die Qual der Wahl zum Vergnügen. Die neue Einrichtung des Multichannel-Händlers macht dem Kunden leicht. Am Touchscreen kann Sonja die Daten der Kamera ablesen und sich ein umfassendes Bild der verschiedenen Modelle machen. Eine von vielen neuen Serviceleistungen in der Filiale in der Hanauer Straße München. Wir verstehen uns als technikstarker Multichannel-Anbieter. Das heißt 150.000 gelistete Artikel, die wollen wir dem Kunden natürlich auch zeigen. Wir wollen zeigen, was können wir, wo sind wir selber stark. Wir haben die Möglichkeit, alles aus dem Online-Shop innerhalb von zwei Tagen zu bestellen. Und das wollen wir dem Kunden natürlich zeigen. Über die Technik, über unsere Highlight-Möbel, über das iPad, was der Mitarbeiter hat, über die Erstversorgung am Regal, aber auch über 82 Zoll Bildschirme, wo wir dem Kunden zeigen können, wie sieht eine Hausautomatisierung aus, wie sieht der Fernseher aus, den ich bestellen möchte. Das zeigen wir, das werfen wir auf diesen großen Bildschirm, sodass der Kunde sich einfach ein Bild machen kann und auch sieht, wie leistungsstark ist Konrad. Sonja hat ein Modell ins Auge gefasst. Jetzt will sie noch ein paar Details genauer wissen. Die Mitarbeiter sind mit einem iPad ausgestattet, auf dem Sonja die Daten nochmal ansehen kann. Bei allen Fragen, die offen sind, hilft der Mitarbeiter im persönlichen Gespräch. Das sind alles Fachmänner auf ihrem Gebiet, die mit dem Kunden wirklich auf ganz, ganz hohem Niveau diskutieren können. Wir stellen fest, wir haben sehr informierte Kunden. Der Kunde, der zu Konrad kommt, ist in der Regel selber schon fast spezialist, hat sich selber schlau gemacht. Und da finden ganz, ganz hochwertige Verkaufsgespräche statt. Die Produktauswahl steht der Serviceleistung nicht nach. Der hausinterne Apple-Shop vertreibt sämtliche Produkte des Anbieters. Die Beamer kann der Kunde vor Ort testen. Die Modellbauabteilung bietet alles, was das Großbubenherz begehrt. In der Spieleabteilung können Kunden die Konsolen selber testen. Und auch, wenn die erste Runde wegen Eigentor verloren ist, sorgt der Mitarbeiter vom Club-Service wenigstens dafür, dass das Gerät im Haus richtig installiert wird. Und das Konzept ist sehr erfolgreich, sodass wir hier auch deutschlandweit dieses Konzept weiter ausrollen werden. Mit Highlight-Möbeln, mit tollen Beratungen, mit tollen Mitarbeitern, die dieses Konzept wirklich vorantragen. Das neue Konzept will Konrad Electronics auf die Standorte Regensburg und Stuttgart ausweiten. In der Filiale in der Hanauer Straße hat Sonja inzwischen ihre Traumkamera gefunden. Und das neue Konzept ist sehr wichtig.